In diesem Video geht es um eine extrem einfache Strategie, wie du online Geld verdienen kannst, ohne Affiliate Marketing, ohne Invest. Das Ganze kannst du machen, auch wenn du 0 Euro auf dem Bankkonto hast. Ein paar Euro brauchst du vielleicht 5 Euro oder so, aber du kannst hier direkt starten, kannst direkt Geld verdienen, ohne dass du hier irgendetwas groß investieren musst. Ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert und zwar geht das Ganze mit eBay. eBay ist jetzt eine Out-of-the-Box-Strategie, die so die wenigsten anwenden, aber bei eBay werden ja zig Sachen verkauft. Du kannst hier nach zig verschiedenen Artikel suchen und es sind hier nicht nur Privatverkäufer, sondern es sind hier auch gewerbliche Verkäufer. Ich kann hier jetzt beispielsweise einfach mal suchen nach Bett und du siehst hier schon, hier werden zig verschiedene Betten verkauft, Matratzen verkauft. Du siehst hier eben auch, wie viele schon verkauft wurden. Hier zum Beispiel Polsterbett, Gestell, Lattenrost von 104 Euro bis 129 Euro. Also jetzt geht es hier darum, einfach Artikel rauszusuchen. Klar, das ist jetzt ein nicht herkömmliches Beispiel mit dem Bett. Einfach was, das sich auf eBay verkaufen lässt. Uns geht es jetzt darum, den Verkäufer, also uns und den Käufer zusammenzubringen, beziehungsweise den Lieferanten mit dem Kunden direkt zusammenzubringen und wir sind derjenige, der das Ganze vermittelt. Also wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wie würde ich hier vorgehen, wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe? Ich denke, der Verkäufer hat das Ganze in China gekauft und verkauft es sozusagen an den deutschen Markt. Wir schauen jetzt mal, ob ich hier den Lieferanten rausfinden kann. Klicke einfach auf Bild an Google Lens senden. Du kannst ja auch einfach das Bild runterladen und es in die Google Bildersuche geben. Und dann sehe ich hier schon, okay, hier gibt es verschiedene Seiten, die dieses Bett verkaufen. Erste Strategie wäre jetzt einfach direkt herzugehen und ganz einfach zu schauen, verkauft jemand dieses Bett günstiger, als es es hier auf eBay gibt. Dann kannst du einfach genau das gleiche Produkt hier listen und kannst dir den Differenzbetrag im Endeffekt einstreichen. Du kannst so eine Arbitrage-Strategie fahren. In diesem Fall sehe ich hier, okay, Otto verkauft das Bett, Kaufland verkauft das Bett, Amazon verkauft das Bett. Aber es scheint nicht günstiger zu sein. Eventuell bei Otto könnte ich hier ein Arbitrage-Geschäft machen. Die verkaufen das um 134 Euro, müsste ich mir ansehen, ist mir aber ehrlich gesagt hier noch zu wenig. Ich finde jetzt auch keinen AliExpress-Link oder ähnliches, wo ich das direkt aus China bestellen könnte. Wir geben jetzt einfach mal was anderes ein. So gehst du einfach alle möglichen Artikel durch. Du suchst dir Artikel, die sich verkaufen lassen und schaust einfach, was sich verkaufen lässt und bringst dann den Lieferanten mit dem Käufer zusammen. Hier habe ich Panzerketten, 529 Stück verkauft und hoffe, dass der einfach das Bild vom Lieferanten übernommen hat. Denn dann finde ich das mit der Google-Lens-Funktion und sehe hier zum Beispiel AliExpress. Da sehe ich hier direkt, es wird jetzt nicht 1 zu 1 die gleiche Kette sein, gehe ich davon aus. Aber ich sehe hier schon Details anzeigen und kaufen. Hier kann ich verschiedene Ketten kaufen. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Okay, 23 cm, 7 mm Goldkette würde uns kosten 4,58 Euro mit kostenfreier Lieferung nach Deutschland. Ja, das dauert lange, bis das Ganze da ist, September 2022. Das musst du auch dann bei deinem eBay-Artikel so angeben, dass das Ganze eben länger dauern kann. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir den unterbieten könnten. 7 mm, 23 cm Goldkette. Schauen wir mal, was der hier verlangen würde. 22 cm Goldkette für 9,99 Euro. Dafür würde er wahrscheinlich einen schnelleren Versand anbieten. Ja, dachte ich mir schon von München. Aber verlangt auch nochmal 6,60 Euro Versand obendrauf. Das heißt, 16 Euro kann man ungefähr sagen, 16,50 oder 16,60, was der hier bekommt, minus den Artikelpreis, den er eben zahlt. Wir können das Ganze anbieten für 4,58 Euro, beziehungsweise wir kaufen es ein für 4,58 Euro. Du könntest diese Kette jetzt listen für zum Beispiel 10 Euro. Also, jedes Mal, wenn hier ein Verkauf zustande kommt, du musst natürlich angeben, dass das Ganze einen Monat dauert, um eben nach Deutschland versendet zu werden. Oder du zahlst nochmal ein bisschen was drauf, um eben eine schnellere Versandart zu bekommen. Schauen wir uns das mal an, ob es hier, und die gibt es tatsächlich, bis 21. August, was auf jeden Fall schon mal noch einen Monat schneller wäre. Das würde sich natürlich hier anbieten, dass ich hier ein bisschen Versandkosten zahle. Dann zahle ich hier ungefähr, ja, sagen wir 6 Euro für eine Kette und kann diese anbieten für 8, 9 oder 10 Euro. Jedes Mal, wenn diese verkauft wird, dann streichst du dir so 4, 5 Euro ein. Nein, du kannst jetzt also einfach hergehen, kannst das Angebot von demjenigen, ich würde nicht sagen kopieren, aber du kannst es nachmodellieren, weil du weißt, dass das Ganze funktioniert. Der hat 529 Artikel verkauft. Wenn du bei jedem dieser Artikel 5 Euro verdient hättest, dann wären das 2.500 Euro. Klar, der verschickt es jetzt selber, das kann man nicht ganz vergleichen, aber du kannst hier den direktesten, schnellsten Weg gehen. Und ja, du kopierst dir einfach das Angebot und bietest das Ganze an. Klar, das werden dann die Leute sehen, vielleicht werden sie das Ganze auch vergleichen und manche werden beim Originalhändler sozusagen kaufen, aber manche werden über deinen Link kaufen, weil das Ganze günstiger ist. Du schreibst es so dazu, dass es eben länger dauern kann mit dem Versand und hast hier einen Artikel und den habe ich jetzt innerhalb von wenigen Minuten gefunden, den du direkt verkaufen kannst. Und das ist ganz egal, ob du das mit irgendwelchen kleinen Ketten machst oder wie ich vorher gezeigt habe, mit Betten, Sofas, Matratzen, Lattenroste, Gartengeräte hatte ich zum Beispiel an einem Punkt so verkauft. Klar, diese Strategie ist eine etwas umstrittene Strategie. Das kann sein, dass teilweise Sachen hier von den eBay-Regulierungen hier nicht erlaubt sind, aber du kommst damit sehr gut durch. Bei größeren Geräten, du kannst dir da einfach alle Nischen raussuchen und kannst teilweise da für größere Geräte, also für etwas, das 200, 300 Euro im Einkauf kostet, einen Lattenrost zum Beispiel, kannst du vielleicht für 500, 600 Euro wieder weiterverkaufen. Und oft bekommst du eben aus China direkt den kostenlosen Versand. Wenn das Ganze beim Kunden nicht ankommen sollte, bist du über AliExpress versichert und bekommst das Geld zurück. Und sobald der Kunde bei dir bestellt, bestellst du beim Lieferanten in China. Das ist jetzt eine schnelle und einfache Möglichkeit, online Geld zu verdienen. Dafür brauchst du keinen großen Zeitaufwand, du brauchst kein großes Kapital, denn du bekommst das Geld von eBay und nutzt es dann eben, um dieses Produkt zu kaufen. Kannst du in allen möglichen Nischen umsetzen und damit sind die Grenzen nach oben im Grunde komplett offen und ist eine Möglichkeit, wie man schnell Geld verdienen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, somit zeigst du mir, dass du mehr solcher Videos willst. Abonniere gerne den Kanal. Es kommen hier auf dem Kanal immer wieder solche Geldverdienen-Strategie-Videos. Ich habe da viele davon ausgetestet und kenne auch einige Out-of-the-Box-Strategien, die so auf YouTube nicht gezeigt werden. Die zeige ich dir auf dem Kanal. Also lass mir ein Abo da. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, check auch die Beschreibung aus. Da zeige ich dir auch verschiedene Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Kannst du dir auch mein Training ansehen. Ich wünsche dir alles Gute.